hi mein name ist dominik und in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr eine rechnung für amazon kdp schreibt also folgende situation ihr habt jetzt sagen wir mal einfach ich muss jetzt irgendeinen betrag ausdenken 101 euro und 22 cent verdient die ihr am ende des monats von amazon bekommt und jetzt ist es natürlich so dass es in den bereich der selbstständigkeit fällt wenn ihr dort tantiemen ausgezahlt bekommt und entsprechend müsst ihr eine rechnung schreiben das ganze ist jedoch pro forma das bedeutet ihr schreibt diese rechnung aber ihr schickt sie nicht ab das heißt die ist nur für eure unterlagen und natürlich für das finanzamt bevor ich jetzt hier hinein gehe also so wird diese rechnung dann in etwa aussehen und die einzelnen punkte erklären die in eine solche rechnung hinein müssen möchte ich euch erst einmal erklären was allgemein in eine rechnung hinein muss wenn man selbstständig ist zum beispiel als freiberufler also es gibt einfach bestimmte daten die in jede rechnung hinein müssen ich suche mal so bisschen hier schon in die rechnung hinein das erste was auf jeden fall hinein muss ist die eigene anschrift die habe ich jetzt hier oben in dieser gelb markierten zeile untergebracht also alles was hier gelb markiert ist das werden wir jetzt im laufe des videos noch ändern ich mache mal hier die absatzmarken auch wieder an das nächste was in jede rechnung rein muss sind die kontakt entschuldigung sind die kontaktdaten des kunden auch das haben wir hier oben in der kopfzeile oder kopfzeile ist der falsche ausdruck aber hier links oben drin in diesem fall sogar mit der steuernummer von amazon dann die eigene steuernummer das habe ich hier unten in der ich nenne es mal pseudofußzeile untergebracht sehr viele gelb markierte sachen da unten jetzt also die die müsste man dann die werde ich jetzt glaube ich nicht alle in diesem video speziell ändern weil da müsste ich dann jetzt auch meine eigenen steuernummern angeben und das möchte ich an der stelle nicht so das nächste was auf jeden fall auch in jede rechnung hinein muss ist die steuernummer die steuernummer sage ich schon die rechnungsnummer die muss fortlaufend sein das heißt sagen wir jetzt einfach mal im jahr 2021 es bietet sich immer an die jahreszahl irgendwie da drin unterzubringen und dann eben in irgendeiner form die eins bei der eins zu starten und wir sagen jetzt einfach mal vielleicht dass ich sonst keine anderen selbstständigen sachen habe die ich mache und dass es die allererste rechnung ist für amazon kdp die ich bekomme und da würde ich jetzt zum beispiel als zahl so was hinschreiben wie das hier 20 21 000 1 das ist im grunde genommen jedem freigestellt wichtig ist nur dass diese nummer fortlaufend ist wenn die nächste rechnung kommt dass die dann eben eine zwei bekommt und so weiter so die rechnungsnummer das nächste was in jede rechnung hinein muss ist das ausstelldatum also wann wurde die rechnung ausgestellt und dann auch wann wurde die leistung erbracht oder wann wurde das produkt geliefert je nachdem ob es sich um eine leistung oder um ein produkt handelt dann ganz wichtig der umfang oder die art der leistungen hier bietet es sich häufig an mit zu einer tabelle zu arbeiten dann sollte der nettobetrag auftauchen oder eben ein satz wie dass man von der umsatzsteuer befreit aus aus welchen gründen auch immer also es könnte zum beispiel sein klein unternehmerregelung da muss man keine umsatzsteuer zahlen oder eben auch wie bei amazon ganz wichtig das reverse charge verfahren da werde ich wahrscheinlich gleich auch noch mal genauer darauf eingehen gehen aber in diesem fall muss man selbst keine umsatzsteuer zahlen das bedeutet brutto gleich netto darauf muss man allerdings auf jeden fall auch hinweisen und ansonsten muss in jede rechnung generell einfach die die steuersätze die halt mit verarbeitet werden sozusagen okay das wäre erstmal das allgemeine im grunde genommen ihr habt jetzt ja gesehen alles was ich euch genannt habe an allgemeinen vorschriften das habe ich auf jeden fall untergebracht hier in dieser rechnung und dann gibt es jetzt natürlich noch paar sachen die einfach speziell sind für amazon kdp wenn man da eine rechnung schreibt und das habe ich jetzt eben in dieser rechnung alles berücksichtigt ich würde sagen wir fangen einfach mal von oben nach unten an ihr könnt übrigens also diese sachen die ich euch eben genannt habe diese allgemeinen vorschriften für rechnungen da werde ich euch unterhalb des videos in der beschreibung einen link hinterlassen artikel zu freiberufler.de könnt ihr noch mal nachlesen diese ganzen sachen die in eine rechnung einfach allgemein hinein müssen und diese rechnung hier die ihr jetzt hier seht das ist eine die ist aus meinem newsletter also die verschicke ich praktisch an meine newsletter abonnenten diese vorlage damit die damit arbeiten können ich werde euch jetzt aber trotzdem diese vorlage einfach mal zeigen wie diese funktioniert also das erste was wir hier oben haben ist der unternehmensname ich gehe jetzt einfach mal davon aus ich bin dominic braun und ausnahmsweise mal nicht massimiliano mustermann mit dem ich ja häufig in meinen tutorials arbeite deshalb schreibe ich hier dominic braun hin und ja ich schreibe jetzt auch noch irgendwie meinen zusatz dazu sound das wäre die kopfzeile dann hier für euch ist jetzt eigentlich ganz wichtig ihr müsst diese gelben sachen auf jeden fall ändern falls ihr mit dieser vorlage arbeitet ansonsten werde ich euch diese ganzen sachen jetzt nochmal schritt für schritt erklären ich nehme hier auf jeden fall schon mal die markierung raus und das ist hier diese kleine zeile oberhalb der anschrift von amazon da schreibe ich jetzt meinen eigenen namen hin auch für dieses video wohne ich ausnahmsweise mal wieder in der musterstraße und zwar in der musterstraße 123 in 12345 musterstadt das kann man hier so lassen wie es ist also das ist einfach diese anschrift von amazon also schaut euch gerne an diese drei zeilen und dann eben diese steuernummer von amazon dann habe ich hier auf der rechten seite ich mache das mal ein bisschen größer rechnungsdatum also wir sagen jetzt einfach mal dass die rechnung für den 29 7 ausgestellt wird ich mache das nachträglich sozusagen weil wir jetzt ja schon den fünften achten haben 21 und jetzt noch ein kleiner zusatz also amazon wenn ihr bei euch euch einloggt bei amazon kdp bei den berichten was ihr verdient habt und so weiter an tantiemen da ist es so dass ihr immer zum 29 eines monats die überweisung bekommt und auch den hinweis wie groß der betrag ist und dieser betrag bezieht sich immer auf den zeitraum zwei monate vorher das bedeutet ende juli bekommt ihr die auszahlung für den mai deshalb schreibe ich jetzt hin mai 2021 als leistungsdatum auch hier schnell die farbe wieder wegnehmen dann rechnungsnummer das hatten wir ja vorhin schon schnell gemacht gehabt deshalb auch hier schnell die farbe weg dann hier der satz sehr geehrte damen und herren man weiß ja nicht wen man anspricht deshalb schreibt man das so wie vereinbart berechne ich ihnen hiermit und jetzt kommt der betrag und was hatte ich gesagt ich glaube 100 und 1 euro und 22 22 cent brutto gleich netto das ist ganz wichtig jetzt die leistungen in der übersicht da habe ich eine kleine tabelle einfach erzeugt wobei man dazu sagen muss die bietet sich eher an wenn man mehrere leistungen hat oder man hier irgendwie auch den stundensatz unterbringen möchte bei einer dienstleistung oder bei mehreren produkten einfach den einzelpreis eines produktes in unserem fall ist es jetzt einfach so dass wir überall hier mit derselben zahl arbeiten das heißt es ist die 101 euro 22 einzelpreis gesamtpreis auch und gesamtbetrag und gesamtbetrag hier unten dann auch also das ist natürlich von den formalitäten irgendwie ein bisschen ups ein bisschen übertrieben weil man im grunde genommen dreimal dieselbe zahl irgendwie schreibt in so einer tabelle aber ich finde es trotzdem ja wie soll ich sagen eleganter oder sie professioneller auf jeden fall aus und das ist dann letztlich auch eine vorlage mit der man ganz gut für dienstleistungen arbeiten kann wo man dann vielleicht in der tabelle tatsächlich mal verschiedene zahlen stehen hat das wäre also diese tabelle also ich gehe jetzt mal durch position 1 diese spalte hier bräuchtet ihr theoretisch nicht mit dieser position aber jetzt ganz wichtig leistung amazon kdp honorar menge gut brauchen jetzt in dem fall fast eigentlich auch nicht aber dann halt einzelpreis gesamtpreis und einfach dieser gesamtbetrag dass man das irgendwie in der rechnung nochmal nachvollziehen kann jetzt kommt dieser satz hier ich markiere den einfach mal der ist ganz wichtig den müsst ihr auf jeden fall in der rechnung unterbringen reverse also inhaltlich zumindest ihr müsst ihr nicht eins zu eins abschreiben aber inhaltlich sollte der vorkommen reverse charge verfahren bedeutet schuldnerschaft des leistungsempfängers gemäß artikel 21.1b der sechsten eu richtlinie beziehungsweise paragraf 13b umsatzsteuergesetz ist der empfänger der dienste verpflichtet mehrwertsteuer für diesen dienst zu zahlen bedeutet in einfaches deutsch übersetzt dadurch dass amazon im ausland sitzt liegt die steuerschuldnerschaft bei amazon amazon muss die entsprechenden steuern zahlen also praktisch für die den betrag den ihr da verdient habt und ihr müsst lediglich den steuerfreien betrag dann angeben so dann dieser satz hier auch ganz wichtig weil amazon überweist euch ja diese beträge von sich aus also ihr müsst diese rechnung nicht abschicken amazon macht es von sich aus im vorhinein und deshalb immer auch dazu schreiben der betrag wurde bereits per überweisung beglichen so und dann kommt einfach schon auch die schlussfloskel oder kursfloskel mit freundlichen grüßen so hier habe ich jetzt den platzhalter gemacht für eine eingescannte unterschrift die ziehe ich gerade rüber pseudounterschrift das jetzt natürlich ein bisschen groß ein bisschen kleiner wie ihr seht das große m das war eine mustermann unterschrift für die ganzen massimiliano mustermann tutorials so genau und jetzt kommen wir hier noch schnell zu dieser fußzeile wobei ich glaube ich die nicht nochmal speziell durchgehen werde die eigene anschrift also vorname nachname also ich werde das jetzt nicht alles ändern straßennummer also straße hausnummer postleitzahl ort steuer id da habe ich jetzt einfach eine platzhalternummer hingeschrieben umsatzsteuer id die eigene kontaktdaten telefon e mail webadresse falls vorhanden natürlich und dann die bankverbindung name der bank iban und bic oder bic wie auch immer man das ausspricht genau das wären so die grundlagen wie mein wie man eine rechnung für amazon kdp schreibt dieses video hier ist übrigens teil der self publishing playlist also ich habe eine große playlist falls ihr euch die mal ansehen mag mögt wo nur videos drin sind über amazon kdp und self publishing wenn euch dieses video weiter geholfen hat dann würde ich mich freuen wenn ihr ihm einen daumen nach oben gebt und vielleicht auch meinen kanal abonniert vielen dank und wir sehen uns im nächsten video wieder bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal